Komm mal! Leck! Boah! Licht aus! Mann, stirbst du jetzt mal? Ne, willst du nicht? Jetzt aber! So, was gibt's denn hier noch? Das ist schon kaputt. Na, los, dann hacken wir das jetzt mal. Aber erstmal müssen wir hier die ganzen Mist gestalten. Oh, der ist schon selber da unten. Gefängniszellen offen. Unsere armen Bürger, die haben nix getan. So, dann hacken wir das hier auch mal. Das ist mir immer cool, wenn ich hier mal Verstärkung bekomme. Das wäre mal... Mal an, der sagt. Komm, und dann zerstören wir das da hinten noch. So, dann aktivieren wir das mal, damit wir Unterstützung bekommen. Ist ja weggeflogen. Ach du Scheiße. Ist ja das richtige... ...Party hier. Alter. Komm, stirb man. Man soll sich hacken. Du bist select. Select. Select zu viel. Komm, und hacken. Ach, Rebellenrufen heißen... ...heißer Dings. Jetzt muss ich das andere Tor noch öffnen, ne? Genau, so. Haben wir das schon mal... ...erfolgreich? Komm schon. Alter, leckt das, ey. Alter, leckt das, ey. Oh, was war das denn? Okay, da sind die ganzen Schilder. Gehen wir da drauf, bitte. Zerstören wir diese scheiß hässlichen Schilder, Alter. Einmal. Komm, die Tankstelle können wir auch noch mal ein bisschen in die Luft haben. Warte. Da! Jawoll, jetzt! Oh, wie geil, Alter. Eine schöne Explosion hier. Okay, das ist auch kaputt. Okay, das ist auch kaputt. Okay, dann brauchen wir noch mal ein paar... Da. Da haben wir einmal das. Sehr schön. Da hinten ist auch noch mal was. Und die Statue. Komm. 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 Komm, geh kaputt, man. Alter, jetzt geh kaputt. Warte mal. Warum geht die Scheiß nicht kaputt? Ach, okay. Da oben ist... Alter Schwede. Hier gibt's ja richtig viel. So. Jetzt fliegen wir mal hier hin. Die Statue machen wir schön zum Schluss. Das machen wir ja gerade mal hier. Das da. Noch zwei Stück. Sehr schön. Eine Minute 40 haben wir noch, das geht. Der andere. Nee, das machen wir nachher. Also sonst haben wir ja nachher wieder verkackt. Da hinten ist es. So. So, dann machen wir das nächste. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Dann machen wir den letzten Turm da hinten. So, ist ein Schüssel. So, stopp. Nicht so weit. Sehr schön. Zerstellen wir das noch schnell und dann haben wir es auch schon erledigt. Ach ja, da unten ist nochmal sowas. Das mal einsammeln müssen. Sehr schön. Spreng mal runter und... Radio. Tag 45. Ich habe von dem gefreiten Bonnet angedeutet, Duschku wäre betrunken. Natürlich mit voller Absicht. Es hat keine Stunde gedauert, bis der gesamte Zug Bescheid wusste. Der Hass der Männer entwickelt sich langsam und gefährlich. Jede Stadt... Hey, hör doch nicht einfach so auf. Hey, hör doch nicht einfach so auf. So, dann machen wir jetzt die Stadt mal wieder zu uns. Nice. Das ist schön. Haben wir das auch erledigt. Haben wir jetzt hier... Warte mal den Wegpunkt löschen. Ich will gerne das Ganze hier unten noch vollenden und guckt euch das an, ey. Okay. Oh mein Gott. Wie viel hier hier gibt, ey. Ach du Scheiße. Ach, man sieht hier auch die ganze Zeit, was das ist. Okay, Unterdeckung, Südlung und zwei davon. Ach du Scheiße. Ach und hier sieht man auch, wie viele Kassetten und so man braucht. Okay, hier müssen wir noch sehr viel finden. Da unten ist auf jeden Fall eine große, sag ich mal. Hier auch noch was. Hier bestimmt noch. Ich guck mal gerade, wie viele Minuten wir noch haben. So. Ja okay, wir haben noch 20 Minuten Freiheit. Ich sag, wir nehmen mal ein Auto. Und fahren mal überall geschillt hin. Die ganzen Sachen abfahren. Ich zeig euch das mal, wo hier die ganzen Fragezeichen sind. Wegpunkt setzen. Da fahren wir mal schön mit dem Auto hin. Wäre cool, wenn wir ein Flugzeug hätten, dann könnten wir hinfahren. Jetzt fahrschwarrt. Geiler, trifft man. Hä? Bist du dumm? Wann müssen wir denn jetzt da lang? Alter. Die können sich auch nicht entscheiden. Okay, das leckt wirklich, Alter. Hallo meine Freunde. Es gibt gute Nachrichten. General, die Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Da hast du recht. Der Kampf geht weiter. Die Karre wär auch geil, aber... Wir nehmen jetzt einfach die. Schaffen wir den Twirt? Das war die Ravellos Truppen. Das war das. Das war die Ravellos Truppen. Das war das.